Weißt du aber, wie Charade funktioniert, oder? Natürlich weiß ich, wie das geht. Ja, ich wollte ja nur fragen. Ja, los, fang an jetzt. Okay. Ach, ich darf einfach reinrufen. Dreieck, Haus. Wellenform. Echt nicht einfach. Ausstrahlung. Nein. Du machst es mir echt schwer. Ja, hallo, was haben wir denn gerade für das? Hey, nicht reden, das ist unfair. Jetzt habe ich es. Weihnachtsmulli. Ah, ja, okay. Ganz aufhören. Grün. Dann Baum. Spitzkopf.